Endlich, dass Wang Ziele-Trainer des FC Saarbrücken hier weiterhin auf Darko Jorgic an Position 1 vertraut. Ja, und dann schalte ich mich mal noch ein auf seiner Gegenüberseite. Quadri Aruna mit einer Bilanz von 14 zu 10. Begegnet heute dem jungen Saarbrücker. Über Bilanz 15 zu 5 steht er in der TTBL. Hier gut ins Spiel rein, 2-0 Führung. 14 Plätze vorne dran. Ich glaube, der Nigerianer aktuell die 20. der Welt. Darko Jorgic, die man hat beobachtet oder beobachtet hat, der weiß, dass da noch Luft ist. Von Flüda. Von Flüda. Ein toller Topspunk. Weit drüber. Darko Jorgic Spezial beendet den ersten Satz. 11 zu 3. Und deswegen geht der Satz auch in seiner Höhe völlig verdient an den jungen Saarbrücker. Wir haben sehen hier gerade noch mal zu 3. Das hinspielt ein bisschen die Definition für das FC Saarbrücken der Hinrunde. Gut begonnen. 2-0 Führung. 3 zu 2.0. Das hinspiel noch gegen Darko Jorgic gewinnen konnte. Aber Darko Jorgic mit einer sehr, sehr überzeugenden Performance im ersten Satz. 3 zu 3.0. Da hat er mit der Kante getroffen. Da am Netz hängen. Ja, bleibt da. 1 zu 4.0 verkürzt. 2-0 Kurve und dann in die Rückwand von Darko Jorgic. Das ist... 2-0 Kurve und dann in die Rückhandaufschläge ganz gerne mal spielen lässt. Das ist ja auch immer für überraschende Sorgen. Dafür, Darko Jorgic kommt da gut ins Spiel drauf. Neue absolutes Ausrufezeichen von Darko Jorgic. Du hast es angesprochen. Die Positionierung von einem Team vielleicht von Patrick Franziska und dem chinesen Sean Kuhn so ein klein wenig untergehen. Aber was für ein Stand, der man bei jedem anderen Bundesliga-Team hätte. Die sind normalerweise in so einer Saison zeigen, über diesen kompletten Saisonverlauf ein kleines bisschen ruhiger haben. Der Gründe, warum Saarbrücken auf Tabellenplatz 2 steht. Dann wird er das Tempo anziehen. Spieler, der viel über den Kopf und über die Einstellung geht. Das ist die Spielweise von... Reint das Timeout von der Bank? Diagonal rüber in die Form von Kadri Aruna. Die wählt der Nigerianer. Wird jetzt auch im dritten Satz ein bisschen enger und Darko Jorgic stellt. Umwählt beim Aufschlag die Rückhand. Das ist jetzt zwei Sätze. Die Frage auch verifiziert. Nur die Bescheidung. Lieber mal so als den nächsten Annahmefehler. Der zweite Match bei dem Darko Jorgic nutzt. 3 zu 0.